Hallo ihr Lieben, ein schöner Spaziergang hier an der Fulda. Ja, Kassel ist im Winterzauber. Und wenn man die ganze Woche hart arbeitet, dann muss man natürlich auch mal raus in die Natur, wieder Kraft tanken. So, ich laufe jetzt zur Orangerie. Bis später, wenn wir hier einen schönen Spaziergang machen. Fängt wieder an zu schneien, aber ich habe einen Schirm dabei. Ja, jetzt schön atmen, atmen, Luft holen. Das tut uns allen gut und lässt uns auch mal Corona vergessen. So ihr Lieben, bis später. Freue mich, wenn ich euch so ein bisschen mit auf die Reise gehe. So ein Gang über die schöne Drahtbrücke. Und ich habe extra so die Mittagszeit gewählt, dass ich nicht auf so viele Menschen treffe. Aber so wie es aussieht, die Menschen, die ich sehe, ist es moderat. Und dann schaue ich hier auch gleich mal, wie es in der Aue ist. Soウ tudpunkt in dem ao oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020